Servus Freunde der Blasmusik. Im Namen der Stadtkapelleur Wichtach darf ich euch allen, aber vor allem unseren aktiven und passiven Mitgliedern frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr wünschen. Wir hoffen, dass wir uns nächstes Jahr ein bisschen öfters wiedersehen und wir euch mit unserer Musik unterhalten dürfen. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, Servus. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020